Okay, Freunde, ich habe diese iPhones hier bei mir. Wäre doch schade, wenn sie ihr restliches Dasein in meiner Schublade fristen würden, oder? Sicherlich gibt es genug Leute, die Bock auf ein vollkommen funktionstüchtiges und was noch viel geiler ist, kostenloses Handy haben. Aus diesem Grund werde ich sie heute in diesem Video alle verschenken. Es gibt nur einen kleinen Haken, eine klitzekleine Bitte, die ich an alle Interessenten habe. Dazu gleich mehr. Falls ihr meine Videos feiert und mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das super gerne tun. Mein Ziel für 2022 sind die Viertelmillionen Abonnenten. Checkt auch meinen Zweitkanal ab, da kommen nämlich jeden Tag Videos. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Mir ist natürlich wichtig, dass jeder die Möglichkeit bekommt, iPhones zu bekommen. Deswegen machen wir zuallererst eine eBay-Kleinanzeige. Aber es wäre auch super genial, wenn Leute aus Köln da mitmachen würden, damit ich denen vielleicht die iPhones persönlich überbringen kann. Deswegen habe ich mir folgendes überlegt. Ich lasse mir Werbeflyer drucken und verteile sie dann in der ganzen Stadt. Ein weiteres Experiment, mal gucken, wie gut es klappt. Ich wollte fragen, ob Sie auch so kleine Werbeflyer drucken lassen. Ja, wow. Okay, ich würde heute so 100 drucken lassen. Wie sind denn die Maße? Welche Maße brauchen Sie dann? Ungefähr die Hälfte von DIN A4. Wie viel ist DIN A5? DIN A5. Ah, okay. Ja, gut. Ich wollte gerade eigentlich schon ein paar Aufnahmen für die Designs machen. Aber ich habe gerade hier bei meinem Aufnahmeordner gesehen, dass ich hier noch... Warte, von welchem Video war das nochmal? Ah, genau. Von dem Reichwert mit Handy-Apps-Video habe ich hier noch folgende Aufnahme. Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, wie YouTuber ihre Thumbnails machen. Hm? Hm. Oh mein Gott, das ist wirklich so dumm. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal ein paar Screenshots davon. Das passt, glaube ich, sehr gut für das Design. Ich versuche jetzt mit meinen super krassen Photoshop-Skills ein Design herzuzaubern. Wünsche mir Glück. Alter, es sieht so scammy aus. Würde ich so einen Werbeflyer bekommen oder das sehen, würde ich denken, das ist nicht 100% free, sondern einfach nur kompletter Scam. Wir tun das Ganze jetzt als eBay-Klernzeige schalten. Ganz wichtig hier natürlich zu verschenken. Und zack. Okay, Anzeige ist online. Boom. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie viele Aufrufe am Ende des Tages die Anzeige haben wird. Ja, ich freue mich. Oh, es hat jetzt schon drei Aufrufe. Yo, ich habe gerade aktualisiert. Es gibt Leute, die nicht so Benachrichtigungen auf eBay haben. Ich kenne es doch. Danach ging es zum Werbeflyer ausdrücken und in der gesamten Innenstadt verteilen und aufkleben. Ob das so erlaubt ist, wie wir es gemacht haben, weiß ich nicht. Und zwar ein Freund von mir verschenkt iPhones. Also es ist kein Scheiß. Ihr müsst nicht viel dafür tun. Ihr müsst einfach nur eine kurze Nachricht schreiben. Was habe ich für ein Handy? iPhone. iPhone? Oh shit. Ihr seid zusammen? Nein. Okay. Lest es gerne mal durch. Es ist kein Scam. Es ist real. Es ist ein kleines Experiment. Und genau. Ihr müsst einfach kurz hinschreiben. Entweder eine Instagram DM oder eine Mail. Und genau. Ich komme jetzt auch ein bisschen bekannt vor, der Typ, ne? Wenn du das sagst. Ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr es gerne mal durchlesen und schreiben. Ja, das ist klar. Ihr müsst echt nicht viel dafür machen. Liesn wir gerne durch. Und genau. Schönen Tag euch. Ciao, ciao. Überraschenderweise lief die Werbeflyerwerbung richtig gut. Es haben sich voll viele Leute bei mir per Instagram, per Mail gemeldet und haben geschrieben, dass sie das in der Innenstadt gesehen haben. Super nice. Geil für uns. Bei Ebay natürlich auch. Digital läuft es einfach alles heutzutage viel, viel besser und man erreicht viel mehr Menschen. Allerdings, als ich dann den Leuten geschrieben habe, dass ich ein kurzes, persönliches Video von ihnen haben möchte, sind die meisten Leute abgesprungen und haben ihn nicht mehr zurückgeschrieben. Hi, Leon vom Schnitt hier. Ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen, nämlich zu erklären, was ich überhaupt von den Leuten haben wollte. Nämlich wollte ich, dass jeder, der Bock drauf hat, ein kurzes, persönliches Video macht, nicht länger als 30 Sekunden, wo sie drin erzählen, warum sie das iPhone haben möchten. Es kann humorvoll sein, traurig sein, einfach authentisch sein. Da gab es ganz viel Spielraum. Ja, das waren eigentlich die einzigen Bedingungen. Ihr seht hier, wir haben extrem viele Anfragen, aber ihr seht hier auch, dass die Anzeige auf einmal gelöscht worden ist. Ich habe keinen Plan, woran es liegt. Wir waren bei 400 Betrachter oder so. Ich werde dich trotzdem auf jeden Fall nochmal online stellen. Das läuft also wirklich nicht schlecht. Das mit der Anzeige regt mich nur ein bisschen auf. Ich habe auch schon ein paar Videos bekommen, aber die schauen wir uns alle in Ruhe die nächsten Tage an. Wir machen weiter. Meine Anzeige wurde über Nacht wieder gelöscht und ich habe die jetzt wieder versucht online zu stellen und da steht jetzt bald online und das heißt, es kommt eigentlich nicht online. Ich habe das vor eine halbe Stunde schon reingemacht. Dementsprechend ist es jetzt leider lost. Okay, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Meine Anzeige ist leider auch nicht mehr online. Anscheinend ist es wirklich nicht auf Ebay erlaubt, was ich da mache. Aber wir haben trotzdem sehr viele Anfragen erhalten, sowohl auf Ebay-Kleinzeigen als auch auf Instagram. Um ehrlich zu sein, habe ich sogar noch mit mehr Videos gerechnet. Aber ja, es ist wie es ist. Ich schaue mir das Ganze mal an und dann werde ich das mal aus. Bevor wir jetzt zu den Gewinnern kommen, möchte ich euch jetzt mal die komischsten Nachrichten zeigen, die ich bekommen habe. Mir ist schon bewusst, dass auf Ebay-Kleinzeigen nicht die hellsten Leute unterwegs sind, wenn ich das so sagen darf. Aber dass es irgendwie so komisch ist, hätte ich nicht gedacht. Perverses Drecksschwein. Okay. Wenn ich für dich arbeiten soll, ist das nicht 100% free. Aber nette Idee. Einfach mal irgendwen den Content für sich erstellen lassen, ein YouTube-Video zusammenschustern und damit ein Vielfaches der verschenkten Geräte einbringt. Jeden Tag steht ein Dummer auf. Jetzt müssen sie nur noch deine Anzeige lesen und sich für dich zum Affen machen. Ey, man muss sich das echt mal vor Augen führen. Es gibt Leute, die sich beschweren, weil ich iPhones verschenke. Weil es ja für die Klicks ist. Erstens, ich werde mit diesem Video garantiert Minus machen und kein Vielfältiges aus diesem Video rausholen. Zweitens, ihr werdet später noch sehen, dass ich maximal zwei Leute mit ins Video reinbringe, die halt ein Video für mich machen. Mehr auch nicht. Das heißt, keiner macht hier für mich Content, sondern ich mache schon hier meinen eigenen Content. Keine Sorge. In der Anzeige steht, man soll ein unter 30-jekündiges persönliches Video machen, wo man einfach sagt, warum man das iPhone haben möchte. Wo ist das hier zum Affen machen? Und außerdem werdet ihr später noch sehen, dass die meisten Gewinner gar nicht im Video dabei sind. Bruder, du fuckst so ab. Außerdem gab es noch richtig viele Leute, die geschrieben haben, dass es Fake ist. Das ist bestimmt Fake. Ich finde das nicht gut. Mein Handy ist teils defekt, bald komplett kaputt. Mit freundlichen Grüßen. Was ist das, Mann? Oder zum Beispiel auch, hallo, ich schreibe dir diese Nachricht, da ich denke, dass es eh nichts für mich gibt und ich meinen Kindern beweisen möchte, dass es totaler Quatsch ist, dass hier jemand iPhones zu verschenken hätte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ebay ist einfach anders. Dann gab es noch Leute, die geschrieben haben, ey, welches iPhone hast du denn? Kann ich mir eins aussuchen? Irgendwie sind viele Menschen heutzutage gar nicht mehr so dankbar. Naja, das war es dann auch schon mit den komischen Nachrichten. Ich kann euch leider nicht alle Videos und Gewinner zeigen, da die meisten Leute nicht wollten, dass ich sie ins Video reinnehme, was ich auch absolut verstehen kann. Bloß viele Leute haben mir auch sehr persönliche Gründe erzählt. Das möchte ich natürlich auch nicht öffentlich irgendwo posten. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich kann euch aber versichern, dass da super viele sympathische Menschen dabei waren, die sich auch sehr viel Mühe bei den Videos gegeben haben. Okay, manchmal auch das Gegenteil. Bro, what the fuck? Er macht ein fucking Video von Shrek? Zwei Gewinner fand ich super sympathisch und lustig. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie kein Problem damit hätten, ins Video reinzukommen. Die kann ich euch ja mal kurz zeigen. Hey, kann das gehen? Ich bin gerade unter der Anzeige gestoßen. Hammer, ja? Ich kriege das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Ich gewinne ein iPhone. Hey, 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 hey. Krasse Anzeige. Ich dachte mir das erste Mal so, wow. Das erste Mal, dass ich irgendwas mitbekommen, dass irgendwer hat irgendwas verloren. Und dann der iPhone. Ich dachte mir, da bist du dabei eigentlich. Ich bin dabei, ich hätte sehr gerne ein iPhone. Warum? Du siehst wie gleich meine Qualität ist hier. Ich hätte gerne brauchen können. Ich hätte gerne das iPhone. Ich komme auch aus ihrem Feld. So, das wäre auf jeden Fall sehr nice. Vielen Dank. Korrekte Aktion. Erzähl mir mehr. Hi, Leon. Ich bin Sabine aus Oldenburg. Ich brauche unbedingt ein iPhone, weil ich hier auf einer einsamen Insel gestrandet bin, wie du im Hintergrund sehen kannst. Und ich unbedingt mit meinen Kindern sprechen muss. Und mein billiges Piep-Phone hier nicht funktioniert. Und selbst meine beiden Kinder haben ein iPhone von ihrem Vater bekommen. Ja, und ich möchte, dass sie eine coole Mutter haben. Heute ist der Tag der Geschenke. Im Rucksack sind hier schon alle iPhones, die versendet werden. Ich muss vor Ort noch ein paar kleine Pakete kaufen. Und tatsächlich habe ich zwei Leute gefunden, die in Köln wohnen. Und ihnen möchte ich die iPhones natürlich persönlich vorbeibringen. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier ein iPhone X oder XS oder so ist. Aber da sollte alles funktionieren. Oh, sogar mit Kabel und Netzstecker. Hier ist sogar noch die Folie drauf. Alles mit dabei. Sehr, sehr geil. Ich freue mich sehr. Ich habe so viele iPhones in meinem Rucksack. Wenn mich jetzt jemand ausrauben will, kompletter Jackpot. Okay, wir sind gleich da. Bei einer lieben Alina. Schon ein bisschen aufgeregt. Keine Ahnung warum. Ich habe eigentlich gar keinen Grund. Ach ja, let's go. Hi. Hey. Hier ist das iPhone. Wäre ein XS, wenn es okay ist. Ja, selbstverständlich. Äh, brav. Ja, kannst du das. Vielen Dank. Dankeschön auf jeden Fall. Kein Problem. Viel Spaß dabei. Vielen Dankeschön. Ciao, ciao. Alter, es geht. Es geht. Ey, hier ist dein iPhone. Ey, ich fand dein Video zu lustig. Ich habe direkt gelacht, fand sehr sympathisch. Deswegen habe ich gedacht, so, hier ist dein iPhone. Ich lebe mir voll gut die Aktion, was ich noch mitbekommen habe. Ja, gerne. Viel Spaß dabei. Ja, danke. Schade Aktion, Mann. Kein Problem, alles geht's. Bisschen reinkommen oder? Nein, 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 alles gut. Ich muss noch weitergehen. Tschau, tschau. Tschau. Packung passt da leider nicht rein. Deswegen brauche ich hier Filmmaterial und ohne Shoppackung. Mann. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert super gerne diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Road to Viertelmillion Abonnenten, haut rein Leute und tschau. ivoh.